Mit dem Noch-Terraform-System lässt sich einfach ein individueller Geländeunterbau gestalten. Zunächst werden die Holzstreben abgemessen, mit einem Cutter eingekerbt und an dieser Stelle abgeknickt. Die verschiedenen Verbinder lassen sich leicht aus dem Teilebaum herauslösen. Die Streben werden in die Verbinder gesteckt. Nun wird ein Mehrfachverbinder aus dem Teilebaum gelöst und auf das obere Ende der Strebe gesteckt. Eine weitere Strebe wird als Querstrebe abgemessen, gekürzt und in zwei Verbinder eingesteckt. So entsteht Strebe für Strebe eine netzartige, sehr stabile Unterkonstruktion. Mit jeder zusätzlichen Strebe wächst die Unterkonstruktion und erhält zusätzliche Stabilität. Weitere Streben werden an der Grundplatte befestigt, bis das gesamte Noch-Terraform-Gerüst steht. Es ist nicht nur stabil, sondern sehr leicht. Sehr einfach können auch Spanplatten für Gebäude eingefügt werden. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020